Das neue Unteroffizierpaar ist vorne an der Ecke eingezogen. Ich dachte schon, Sie schaffen es nicht. Kommen Sie. Sie ist die Frau von Hauptmann Kyung. Ach, wie hüpf. Sie machen ja Jacqueline Kennedy Konkurrenz. Mein Ehemann, Oberst Kim Jin Pyong. Geht mir auf! Ich habe nur damit kommen. Lass Sie los. Leg das Messer weg. Ich konnte meine Gefühle nicht verbergen. Ich kann nicht aufhören, an Sie zu denken. Ich denke den ganzen Tag an Sie. Mein Herz hat nicht aufzuklopfen. Wie kann man es wagen, sich da so aufweißend zu zeigen? Tatsächlich kann ich ohne dich nicht mehr leben. Ich kann nicht atmen. Ich conflict schon. Ich bin ±g kup golden. Und wenn ich nicht gut bin,... Aber ich kann nicht schnell beginnen.